Der Raasfeld-Podcast, der Monatsrückblick, präsentiert von Ihrer Volksbank Raasfeld und Erle. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Der Erler Bürgerschützenverein freut sich über einen neuen König. Am Montag, den 5. Juni, gelang es Lukas Greving mit dem 208. Schuss den Vogel von der Stange zu holen. Lukas Greving ist nicht nur der neue Schützenkönig von Erle, sondern auch seit diesem Jahr das jüngste Mitglied im Vorstand. Um kleine Projekte in Raasfeld zu realisieren, hat der Hauptausschuss am Montag, den 5. Juni, beschlossen, einen Verfügungsfonds in Höhe von 75.000 Euro einzurichten. Diese Maßnahme ist Teil des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts Raasfeld 2030. Um Badefans in der Gemeinde Raasfeld auch in diesen Sommerferien eine willkommene Abkühlung zu bieten, wird die beliebte Tradition des Badebusses fortgeführt. Dank Unterstützung der Gemeinde können sich Einheimische zweimal wöchentlich auf kostenlose Busfahrten freuen, die sie zu ihrem gewünschten Badeziel bringen. Das neue Gemeinschaftshaus in Raasfeld wird Martinus heißen. Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes wurde dieser Name am Sonntag, den 18. Juni, feierlich enthüllt. In Zusammenarbeit mit Westenergie hat die Gemeinde Raasfeld den Bürger- und Bewegungspark mit moderner LED-Beleuchtung ausgestattet und somit zeitgemäß erhellt. Fünf Leuchten bringen nun Licht in den Park und führen gleichzeitig zu einer Energieeinsparung im Vergleich zu den alten Leuchtmitteln. Auf der Generalversammlung der Volksbank Raasfeld & Erle präsentierte der Vorstandsvorsitzende Oliver Zikowski zusammen mit dem Aufsichtsratvorsitzenden Jan Bernd Seyer den Mitgliedern den Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Volksbank Raasfeld & Erle erzielte ein überdurchschnittliches Wachstum in nahezu allen Bereichen. Die Kommune Raasfeld hat ambitionierte Ziele für ihr Klimaschutzkonzept und strebt an, bis 2024 klimaneutral zu sein. In der letzten Ratssitzung vor den Sommerferien wurden die Ergebnisse der Fokusberatung vorgestellt. Der Raasfeld-Podcast, der Monatsrückblick, wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Volksbank Raasfeld & Erle.